Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkumbach, neben Herrsbruck im Nürnberger Land, zum windigen Newsletter 150. Denn Sturmtiefabien hat Schäden im Holzlager hinterlassen. Aber keine Angst, Ihre Küchen sind sicher. Wir laden Sie zum Tag der Küche aus Massivholz am kommenden Samstag ein. Besuchen Sie uns einfach so oder sagen Sie uns im Vorfeld, was Sie gerne mal ausprobieren wollen. Wir stellen uns ganz auf Ihre Wünsche an. Noch größer. Aber natürlich können Sie auch die Polstermöbel von Jori Pro besitzen und sich die Bettsysteme von Pro Natura von Ute Danzer vorstellen lassen. Miele hat neue Spülmaschinen und eine tolle Markenbotschafterin, die uns die Unerklärlichkeiten aus dem beeindruckenden Tauchervideo persönlich erklärte. Genauso wie Dr. Markus Miele alle Neuigkeiten vorstellt. Tags darauf erfuhren wir auf der Küchenmesse in Ostwestfalen, warum man Biomüll kühlen könnte. Unter Einfachkochen Nummer 9 zeigen wir, wie schnell mal Pulpo im Druckdampfgarer zubereitet. Und in Paris haben wir die Union der modernen Künstler entdeckt. Wir wünschen einen wunderbaren Oktober und besuchen Sie uns einfach, wenn Sie in der Gegend sind. Bis bald! Spätschern 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 Vielen Dank.